Wunderbaren Punch Brothers. Ich rufe Arne Schumacher. Ja, einen schönen guten Abend. Willkommen hier aus den Moments in Bremen im Steintor. Der Laden ist sehr gut gefüllt. Ich würde sagen, der Laden ist voll. Und das hat seinen Grund. Die Punch Brothers sind hier eine Formation aus den USA, die in den USA und auch in anderen Ländern mittlerweile in mittelgroßen bis großen Seelen spielt. Sie sind gerade in England gewesen, sind in Schottland gewesen. Vor ausverkauften Seelen spielen sie dort. Wir haben die Möglichkeit, hier sie zu präsentieren. In einem Club so nah dran, wie es eigentlich nur noch sehr, sehr selten passiert bei dieser Formation. Eine Formation, die eine Acoustic Music Formation im allerbesten und im progressivsten Sinne überhaupt ist. Eine Formation, die inzwischen eine sechsjährige Geschichte, gut sechsjährige Geschichte hat, die formiert wurde um Chris Thiele, den Mandolin-Virtuosen herum, früher von Nickel Creek. Ein vielseitiger Mann, der gerade wieder für den Grammy nominiert wurde für eine Duoplatte mit dem Bassisten Edgar Meyer. Der hat Gleichgesinnte gefunden. Die haben erstmal ein Instrumentalalbum aufgenommen. Und aus dieser progressiven Bluegrass-Haltung heraus hat sich etwas entwickelt, was mittlerweile wirklich einzigartig ist. Das neue Album heißt The Phosphorescent Blues. Und das ist ein weiterer Schritt in der erstaunlichen Entwicklung dieser unglaublichen Formation. Hier auf der Bühne, die Leute hier im Laden sehen, steht unter anderem ein Schlagzeug. Und das ist etwas Besonderes für diese Band, die bisher rein auf Seiteninstrumenten gespielt hat. Wir freuen uns sehr, sie hier heute Abend präsentieren zu können. Natürlich mit dem Schwerpunkt auf dem neuen Album Phosphorescent Blues, das gerade erschienen ist auf dem Non-Such-Label. Live im Nordwestradio aus dem Moments in Bremen. Punch Brothers! Applaus Ah, vielen Dank! Hallo, wie geht's? Applaus Applaus It's so good to be here. Very, very excited. First show ever in Bremen. Very, very excited. Applaus 1, 2, 1, 2, 3, 4 Rise up, blinkin' in the sun Wrapped in invisible wine I should think beautiful is gonna come Out from underneath our thumb To let freedom vibrate not real Cause we can listen to everyone If we wanna hear ourselves sing My, oh my, what a wonderful day We're having, we're having Why, oh why, are we looking for a way Outside in, outside in Outside in I see the green grass below I feel the warmth of the screen I feel the warmth of the screen But is it beautiful, maybe new Or maybe so What if it keeps us singing Night all night What a wonderful day We're having, we're having Why, oh why, are we looking for a way Outside in, outside in How long, oh Lord, can you keep the whole world Spinning under our thumbs Spinning under our thumbs Spinning under our thumbs Spinning under our thumbs Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 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 It's love ... 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 A semi-sacred number Of our own Composing called This Girl Both of those are on a record we made called Who's Feeling Young Now And now Do you have room in your hearts For the five string banjo? Well then Do you have room in your hearts Do you have room in your hearts Do you have room in your hearts Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Think about it Applaus 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 Aplaus Applaus 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 Michelle Or was it a joke meant to buy her some time All this citrus and pine make it harder to think So I say, if we're playing the game, I hope you know you won't win it And I'd be sorry if they threw you away, it's just they didn't She says, boy, you better take it back right now, and I need it Everyone dance She puts my party away and it chases my mind up to the roof It jumps in the gutter, she pours it out And it's all part of having a man in the house My mind jumps in the gutter, she pours it out And it's all part of having a man in the house I'm having a man in the house. Thank you very much. That song is called Next to the Trash. And I'd like to dedicate it to any one of you who's ever been in a relationship. Here's another one from the new record. This is a horse of a completely different color. Well, yeah, it kind of is. It's got some of the same colors in it. Yeah, some of the same colors. It's got some of the same colors. It's got some of the same colors. It's got some of the same colors. Musik 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 Thank you very much. That's Mr. Paul Coart on the bass, ladies and gentlemen. I should tell you what that is, huh? That is the fourth movement from a piece that Mr. Claude Debussy wrote called The Sweet Bergamasque. He wrote it not for bluegrass band, but rather for the solo piano, showing once and for all that it does take five Punch Brothers to do the work of one pianist. The fourth movement, the Passapied from The Sweet Bergamasque. We love that piece. And now, another one of ours, again off the new record. This is called Familiarity. Thank you. It's on again. You hate it, but you know it then. You know it, and so do your friends. And you can sing together when... It's on, pretend you love it because you love them. As you explode out of your phones. And you explode out of your phones. To make some music of your own. Amen. Or you could hate it softly to yourself. Along you官 for your organization. I'm not. Do you. I'm not. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Im Nordwestradio live die Punch Brothers aus Brooklyn, New York Bluegrass meets Pop meets Classic Live aus dem Club Moments in Bremen Um 21 Uhr gibt es die Nachrichten, danach das Liederdeutsche Hörspiel Mein Name ist Wolfgang Rumpf, einen schönen Abend ZDF für funk, 2017 Nachrichten aus dem Nordwesten, Deutschland und der Welt